Moin Leute Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft 7 Days to Change Wir müssen es hier runter um noch mehr Eier zu kriegen man kann nicht glauben die grau ich bin aber ich bin mega okay oh alter wir haben jetzt 2 4 6 8 10 12 mehr als 12 an halb wir haben mehr als 12 an halb steaks ja wahrscheinlich ich alter mehr als 12 an halb fucking steaks steaks wo war der ausgang da oben da oben ist er ausruhen es ist höhle das eisen über sehen wir mal gekonnt wir haben über 70 eisen herauskommen ist hier das lol hier war so job 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 was gut hier sind wir gleich der fluss da ist es da ist das eine tech eine lichter also ein schadet schatten bach oder schatten bach liegt bach schaden bach keine ahnung was bach bach fisch ja genau lichter schaden bach für den fahrer war noch mehr von den stone slabs von den hier muss ich einfach eine etage runter und hier muss ich keine und aber hier muss ich eine runter zu kack aus das ist so so ist besser aus sein kaktus 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 ich glaube ich brauche hier nicht weiter so das ganze sand hier einsammeln so 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 nächste nächste reihe ziehen und noch eine reihe ziehen hier wie sind Und dann... So... Ay, 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 ay. So... 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 Der Kröterabschnitt ist komplett fertig. Nice. Das hier oben kommt doch noch eine zweite Etage drauf. Zwar baue ich da quasi mit meinem... ...Bude... Dress. Hier hinten kommt noch ein... Das den wir hier noch einen Block nach unten verlängern. Das hier hinten genauso. Hier hinten ist ja quasi die Mine von mir. Ja. Hier ist dann quasi der Weg lang. Den nach hinten führt. Da werde ich gleich auch noch mal ein paar Fackeln anbringen. Okay, Moment. So... Na... 5... also Chlii... Nein... Nein... Ähm... 16... Also haben wir noch ein paar Kohle... Nein! Ah hier haben wir HEUTS GOLE... Okay, dann könnte ich doch hier wieder... ... dannということで noch ein paar Fackeln. Und zwar nehmen wir mal volle Power. Alles gut, weiter, schade geht nicht. Oh, da hinten ein Stack, nice. Dann muss hier immer eine Fackel hin, eine Fackel hin, da eine Fackel hin, da eine Fackel hin, da eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Und dann immer alle zwei Blöcke. Ja, das passt. Ja, jetzt passt auf jeden Fall. Ja, da hinten geht es dann hoch in unsere Bude. Ja, das werde ich dann quasi per Schalter machen. Oder quasi, ich wäre, äh, nicht Schalter per, per, ähm, wie heißen das per? Ach, Scheiße. Ich hab's vergessen, keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ähm, das mache ich dann per... Falltier. So, da ist es. Crap door. Ach, Axt haben wir? Da haben wir noch was? Ja. So würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Das war's auch in der Folge. Ähm, ja. Vergesst nicht zu bewerten, zu abonnieren, der Fall passt ja auch nicht mehr. Und ja, bis zur nächsten Folge, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.